Okay, jetzt ist er weg. So, Kongo-Nachkampf-Modus sagst du also. Da hast du doch keine Chance, meine Freundin. Oh nein, ich wollte nicht reparieren, ich Idiot. Kongo, muss ich da treffen, oder? Oh, meine Schütze. Kommt rum. Bitte, nur ein bisschen noch. Ich will mich nicht festfangen. Leider nicht helfen im Moment. Äh, die mach ich aber auch weg. Wenn sie mich nicht rammen will. Willst du mich nicht rammen, oder? Oh, ich friss jetzt auch Torpedos, ey. Ich fäll' mal aus. Du willst mich nicht mit deinen 1000 Leben noch rammen. Du gehst jetzt down, bitte. Au. Was für Torpedos da gerade? Puh. So. Alter, Alter. Wer kippt denn da jetzt noch, verdammte Kacke? Da ist noch ein Zerstörer. Der kleine Neu-Kack-Vogel, ne? Da ist er. Ja. Ja, aber das ist noch genug Zerkreuzer, die da hinten waren, aber schwierig. Ja, wir müssen ihn auf jeden Fall einmal treffen. Das wäre ganz wichtig. Ja, da ist er hier. Oh ja, sehr gut. Er hat ihn gehittet. Puh. Sehr gut. So, Mahan. Kleiner Feuerteufel. Jetzt kriegst du hier mal... Hallo? Und... Da hinten wird immer noch die Schadenhose. Jetzt war es jetzt best schade. Das ist jetzt schade. Vielleicht kriegen das unsere ja, um ihn durchzukippen. Ich hab nur keinen Bock, jetzt Torpedos zu fressen unbedingt. Kleiner Vogel. Geh auf. Na, zeitmäßig gewinnen wir das eh. Ach, der fährt nach rechts noch weiter. Okay, da ist er. Oh. Wir würden das jetzt mit, äh, dem Werte zerstören. Oh, jetzt hab ich grad vollhauen. Scheiße. Nein, stürm. Zauht ab. Na, hat der Torpedos? Sieben? Wie lange hat der denn? Wer hat? 6,2. Na, da muss er noch ein Stück ran. So, Kollege. Ich sag schon mal Tschüss. Nicht? Oh. Was hätte ich jetzt denn nicht gedacht? Hau ab mit deinen Torpedos. Oder hat die Jork Torps? Nicht, dass sie jetzt grad scheißerzählen. Weiß ich nicht genau. Oh, die Jork ist stehen geblieben. Nice done. Ey, bin ich schädt oder was? Nein. Ich hab' mir spiel. Hab' ich einer? Hallo? Ja, 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 ja. Ich hör' dich. Bedelle. Du bist ja allerdings nur zur Hilfe, aber ich komm' da jetzt eh nicht mehr hin. Und Richie, hallo? Ja, 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 jetzt können wir die Fahrt noch genießen. Ich habe, oh, 88.000 Schaden. Noch mal Zitadelle. Du hast jetzt ein bisschen auch was rausgekloppt, ne? Ich hab' ähm... 60.000 Schaden gemacht. Ja, voilà. So, was haben wir? Guck mal, ein Tier-7er-Match, ne? Ja. Shame on you, alle. Oh, man. Der 5, der 5, der 7, der 7, der 6. Aber mit 1500 bist du echt gut dabei. Die New York ist ja auch. Ja, New York ist halt auch so ein Panzer-Ding, weißt du? Die hat wenig Reichweite, aber wenn du da die Front zustellst, ist das ähnlich wie die Deutschen. Nur bei den Deutschen ist es halt so, die haben noch weniger Bewaffnung halt. Schießen aber halt schneller, weißt du? Und haben halt bessere Dings, finde ich. Ähm, Nahkampf-Modus. Nahkampf, Alter, mit Kongo hab' ich gerade ja auseinandergenommen. Ach sooooh, äh, joa. Ich muss eigentlich die Dings nicht fahren, aber... Die Kongo, die König macht einfach Spaß. Die Kaiser davor aber auch, die macht auch mega Spaß. Ich möchte auch mal so ein Gefecht, dann wär' ich wieder ein besserer Rumpf. Ich muss jetzt hier 16.000 erstmal zusammenwenden, also wir brauchen noch 8.000. Du hast 16.000. Na, für'n Rumpf. Hm, Erfahrung. Dann kostet der, glaub' ich, auch eine Million oder so, oder anderthalb. Für die Bayern. Die Bayern find' ich bisher, okay, die ist halt ähnlich noch wie die König, aber... Die Gneisen oder danach davor hab' ich ein bisschen Angst. Aber auf die Bismarck oder so, die freu' ich mich dann schon um. Ähm. Ähm. Ja. 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 Also ich fahr' da unten bis zu diesem dünnen Weg da bei E... Was ist das? E... 4? E3? E3. Also ich fahr' nicht ganz rüber, weißt du, sondern ich bleib' kurz davor zum langsamen Fasstehen. Weißt du, wo ich mein'n? Ganz, du willst E3? Achso, willst du hier reinfahren oder was? Ja, nicht ganz. Also, beziehungsweise bei D3. Da will ich so ungefähr hin. Okay. Aber ich will halt A noch gucken. A abdecken, meinst du? A abdecken, genau. Ja, okay. Ich hoffe nur, dass unser DD jetzt hier A reinschießt. Die Sound sind eigentlich so okay, Chris und so. Dann könnt ihr mir vielleicht mal schreiben. Falls hier noch niemand da ist. Muss man ja fragen. Ich glaube, weil ich bin ein bisschen fast leise. Kann das sein? Yes. So. So, A kann ich jetzt voll einsehen. Die fährt zu B. Warum fährt die zu B? Imatsuki. Deine Mitte Kappen. Aber nur einen Zerstörer. Das nervt mich. Wie DJ? Ich, ey. Oh Gott, ich kann nicht so. Zumindest macht der Flieger da gerade was auf. Ja, macht er auch. Oh. Okay, jetzt komme ich mit mir. So, jetzt mache ich zum Beispiel Viertelfahrt. Und guck mal, wenn ich auf was ich dann schießen kann. Oh nein, das ist nicht gut, was wir machen. Die unteren machen genau das gleiche. Echt? Guck doch. Also hier meine ich jetzt gerade. Aber die fahren die gerade hoch. Ja, die drehen ab. Imatsuki fährt B. Lasst abdrehen, lasst B fahren. Also vor der Insel vorbei. Echt? Ja, das geht nicht anders. Wie das sonst. Also ich... Kann doch nicht ein bisschen stationär bleiben halt. Ja, ja, klar. Sehr langsam, weil die Richtung ist so. Oder Richtung B. Also nicht durch die Mission Channel fahren. Hm. Sag mir, wie viel Reichweite hast du eigentlich mit der Dings? Mit der Qualsruhe? 8 kmh, aber schon. 11,7. Hm. Gut, dann fahr ich mal ein bisschen mit. Ich möchte gerne auf die Molotow, aber... die haut schon wieder ab. Unten nehmen die C ein. Das ist nicht so perfekt gelaufen. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir in A reinfahren. Auf A volle Pulle angreifen jetzt. Okay. Ja gut, das geht, was da ist. Das ist New York, Molotow ist halt eh schwieriger. Die müssen wir halt irgendwie rausnehmen. Das ist nämlich ein alter Feuerteufel. Die Forotaka könnte gleich reinkommen. Stimmt. Sagen wir mal hallo bei der Forotaka. Und die Molotow müssen wir halt unbedingt... Kommen nicht ran. Naja, jetzt komm ich aber erst ran. Ne, noch nicht. 15,8 habe ich. Wie lange hast du? Boah, 15,5 habe ich. Okay. Aber du bist ja mein Pendant sozusagen bei den... Oh, oh, Zita hat sie gefressen. Ich will auch einmal Zita. Wenn die so leicht Zita frisst, dann würde ich auch. Ach Mist, ich denke, die dreht ab. Das war gerade so ausziehen. Nein, die dreht rein. Oh Gott, da sind Torpjäger, ne? Das ist bestimmt gleich weg. Oh, ich habe ohne Ziel geschossen. Na, darf ich einen Schuss machen? Einen Schuss darauf. Oh, hat die Lade jetzt gerade Sahne, ey. Jetzt gerade so Sahne. Ist die nicht weg? Was? Nein. What the fuck? Darüber nicht. So, jetzt aber. Oh, jetzt ist sie weg. Verstanden. Du kriegst jetzt hier bei der Molle. Das ist der Zerstörer hinter uns, ne? Echt? Egal. Wir haben noch einen Kreuzhalle. Ich kümmere mich jetzt gerade noch um die New Yorker. Mal anklopfen. Weit weg von der New Yorker, die fährt so weg von mir. Alles fährt weg von mir. Ja, die haben alle Angst vor dir. Na, 4000. New York. Das ist New Mexico. Ja, und da hat die, hat die, äh, der Zerstörer unseren, äh, Schlagschöpfer vernichtet. Oh, ja, die New Yorker, das ist gut, finde ich New York. Zeig deine Breitseite. Das ist cool, lass. Oh, zeig sie weiter. Komm ich rein. Zeig sie weiter. Nein, ich hab's aber hier nicht vorgehalten. Sieben, fünf müssen wir mal merken. Unbedingt mal merken. Andere, eine andere Skala hier. Die Dings fährt sich gerade... Fuh-Tucker, ja, ja, ich seh schon. Fuh-Tucker hat zehn. Aber wir können da jetzt nicht reinfahren, sonst können wir von beiden Seiten, ne? Ne, wir müssen da reinfahren. Ne, wir müssen hoch, nach A. Ja, ja, ich fall jetzt da. Ja, ja. Also da, von C die Typen willst du auch noch kriegen. Ne, ich will nur nicht von der Fuh-Tucker jetzt unbedingt hier gerade Tops fassen. Treffer. Na ja, gut schon, ich komm schon, ich helf dir. Oh, da kommt was Bombamäßiges. Hm. Da muss doch irgendwo der Flugzeugträger sein. Ne, auch so, steht so schön. So, steht so schön. Nein. Nein, nach dem anderen. Spielt's auf dich, ne? Hm. Nein. Oh, scheiße. Was, nein, guck mal. Das wäre der Leuker-Gerder. Oh, scheiße, hab ich zu früh gerüttet? Ja, gut. Weiß er nicht. Hab ich auch nicht gefressen. Ja, ich fress auch gerade hart hier. Boah. Ich. Kanonen rechts, oder was? Äh, erstmal durchcappen irgendwie. Und die Fuh-Tucker wegmachen, das wäre ganz cool. Ja, ich sag ja Kanonen rechts. Ja. Ich muss mal ein bisschen... Ach, scheiße, ist alles kacke. Die Fuh-Tucker-Tops sind dann wahrscheinlich losgelassen, also lenken ein bisschen rein. Ja, 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 aber du bist vor mir. Ich weiß, ich tank das jetzt mal so ein bisschen. Oh, fuck, drüber geschossen. Das gibt's ja nicht. Das ist mir egal, ich muss jetzt erstmal die Fuh-Tucker her, die ist mir ein wichtiger. Gehle. Die lässt jetzt Tops, weil sie stellt sich quer gerade. Ja, alles klar. So, das heißt, ich drehe jetzt hart rechts. Hat rechts? Ja, ja, nein, also... Ja, eine Richtung, dann musst du irgendwie weglenken, weil die schießt jetzt gerade die Tops ab, mit Sicherheit. Ja, oder? Ja, da ist! Was? Na, wo kommen sie? Da sind sie. Weiß er nicht. Ganz weit weg. Wir sind in Mexiko. Wir sind in Mexiko.